Packende Ringer Reportage präsentiert von folgenden Firmen. Johnny Meint Johnny Marosch-Wöldi, langjähriger Trainer der Ringerriege Hergiswil und fundierter Könner der Ringer-Szene, analysiert exklusiv für die Hellenavtele Zentralschweiz die laufende Saison. Am Samstag hat Hergiswil auswärts gegen Schattdorf deutlich mit 15 zu 23 gewonnen. Johnny Meint Das ist auch nicht so einfach der Kampf, wie die Resultate aussehen. Der erste Kampf war immer Stefan wegen Röhrli-Patrick. Leider Röhrli-Patrick ist am Anfang ist ein bisschen größer Respekt habe für die Gegner. Immer schon punktabgebe. Aber immer für ihn, aber schon technisch überlegeheit gewonnen. Aber Leider ein Mannscher punktabgebe. 61 kg. Gamma Sen gegen Wiesler-Thomas. Greco. Das ist Gamma Sen 11 zu 0 gewinnen. Aber das muss ehrlich sagen, das ist Wiesler-Thomas fast ander halb Wochen lang. Das ist krank. Aber so krank. Es ist höch Fieber und alles. Und ich danke vielmals für den Mannschaftsklubbe, für das mitmachen. Und deswegen ist es gar nicht Topform. Es ist sehr gut, dass er nicht 4-0 verloren hat. Und ich denke, das andere Böke ist sehr krank. Und nach dem 65 kg Freistück Gerig-Simon gegen Hodel-Marco. 9 zu 3 gewinnen für Hodel-Marco. Er ist am Anfang sehr gut. Sie 7-0 führt. Aber er hat nachher das erste Mal abtrainiert für 65 kg nach lange Zeit. Und etwas für Kondition. Was ich gesehen, Kondition auch etwas fällt. Und nachher nichts zu sein für eine Resultatie. 70 kg. Dodos-Matteo gegen Gütter-Martin. Greco. Das ist eine Schlüssel-Kompsi. Wegen Dodos-Matteo für Halbzeit. 10 zu 0 führt. Und nachher 11 zu 10 für Gütter-Martin. Und 2 Schultere für Dodos-Matteo. Aber in der zweiten Halbzeit. Ganz andere Gütter-Martin gesehen. Wegen ganz anderer Taktik gehen. Aufführ-Matteo. Und nachher das ist gut gepasst. Und das ist schon möglich gewinnen. 74 Freistück. Zwei-Matteo gegen István Denzsig. Das ist ein Ungarische Fest. Für Eergeswür. Und dann ist die Max-Hugst-Rainer für Eergeswür. Und ich sage nicht viel. Dieser Match ist 26 Sekunden für Schülter gewinnen für Istlán. 74 kg Greco, Christian Nicola gegen Staderman Patrick. Dort ist 5-0 gewinnen für Christian Nicola. Er ist aktiver Ringer, besser Ringer sie. Aber das muss auch schon wissen, dass es nur eine Akzierung ist. Und eine Akzierung machen für diese fünf Punkte. Wenn wir die ganze Zeit kämpfen, kämpfen, kämpfen. Deshalb können wir mehr Akzierung machen. 80 kg Freistil, Russi Luca gegen Jungo Beno. Jungo Beno sehr, taktisch sehr gut gerungen. Und 16 zu 0 technische Überlegenheit gewinnen. 86 kg Greco abwärtschuld gegen Schuppiger Thomas. Schuppiger Thomas nicht zu 9 zu 0 führt. Nein, Schuppiger. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist Schuppiger. Schuppiger Thomas überragend gewinnen. Beide Schuppiger gewinnen, aber vorher auch schon führt. Und ich glaube, ist sehr gute Form. 97 kg Benze Dorak. Aktuell ist der Schweizer Meister für 97 kg. Gegen für Kaufmann, Raffi, Freistil. Benze gewinnen 5 zu 0. Dort ist entscheidend für Gewicht. Und technisch auch Benze ist besser. 130 kg Greco, ja auch Miki gegen Akos Korica. Für Schuppiger. Achos für Schuppiger verloren. Mir ist unerwartet ein großes Risiko gemacht. Noch 0 zu 2 hinterlegen für Jauch Miki. Und nachher nützen für seine Chance für Jauch Miki und Schuppiger für Achos. Aber das gesamte Resultat ist gut. Vorher ist es wegen der richtigen 2.0 für Schadort. 23 zu 50 gewinnen. Ist gut. Für Analyse. Für erste Kampfe. Willisau gegen Ringe. Schaffter Freihand. Das ist eine spezielle Kampfe für aktuelle Schützermeister für Willisau. Und für Freihand, welche diese Jahre bis jetzt so aussehen ist. Es ist eine spezielle Kampfe für die Besteform der Mannschaft. Es ist ein sehr starker Mannschaft. 25 kg vor allem Jungen. Für Madra herr. Für Milamann Pascal war es sehr junge, für Milamann Pascal war es gut. Es ist ein sehr junger Jungen, aber Leuter Nino war es kaffiert. Was google Nino war es ein sehr guter Kampfe für die Nazi. Und Milamann Pascal war es erste Klub für der Sport. Und es hatmat dargestellt wurden. 24 kg Gräkく von Michael gewinnen und für alte Fuchs, Wie Thomas, der mehrfachen Schweizer Meister für Geco und Freistil auch. Ich muss ehrlich sagen, für Portman-Micky hat er einen sehr guten Kampf gemacht. Wir haben nur 16 zu 12 verloren. Das ist zu mir so zu sagen, dass er sehr gut gemacht hat für Portman-Micky. Er ist jung und für den mehrfachen Schweizer Meister nur 4 Punkte verloren. Und nun schon bringen für Mannschaftspunkt, das ist sehr guter Rezultat. Bossert Lukas gegen Fockrandi. Diese Jahre ist für 65 Kilo Freistil Bossert Lukas für aktuelle Schweizer Meister. Aber Fockrandi ist für Internationale und das schon gesehen für Leicht und Fockrandi 14 zu 0 FAS technische Überlegeheit gewonnen gegen Bossert Lukas. 70 Kilo Portman-Tobias. Er ist Bruder für Portman-Michael. Gegen für Gottschmann-Cayan, welcher ist älter. Sie älter wie er wegen Gottschmann-Cayan ist junior. Aber Tobias diese Jahre ist immer noch Kadett. Aber es ist sehr guter Kampf gemacht. Er hat 5 zu 2 gewonnen. Nachher kommt der 74 Kilo Freistil. Der Kilian gegen Jakob Manuel. Dort ist zu mir, ist Jakob Manuel fast unschlagbar. Er hat 10 Kilo Freistil. Das ist einfach die Leute in der europäische Stabil bauten. Hier ist 100 Kiloação. Das ist 18 Kilo Freistil. Hier ist es gegen Stebbel Pascal. Dein Stabilis und das IT international Ringer. Das ist ja guter Ringer. Wir haben die Technik-Überlegenheit gewonnen, Jack 10-0. 8 kg ist die Reikmut Andreas gegen Gümniko. Wir sind sehr gut gefallen Reikmut Andreas, und Gümniko ist relativ lange Zeit verletzt. Aber ich bin sehr talentiert, aber Reikmut Andreas ist sehr klar 8-0 gewinnen. Das ist mir schon relativ gut überrascht, also gewinnen gegen Gümniko. 6 und 80 kg Greco, Bossert Dominik gegen Webermark. 6 und 12 Punkte verloren. Ich dort warte für Bossert Dominik gewinnen, aber den Kampf selber nicht gesehen. Ich bin Schadorszy. Aber das ist ein entscheidender Kampf. Wenn wir das gewinnen führen, vielleicht ein bisschen längere Kampf haben. Ich habe relativ hoch verloren. 90 kg ist die Riesenmarco. Ich muss nur gut ab für Riesenmarco. Diese Saison für Riesenmarco ist überragend gut. Bis jetzt wird Gürtner Pascal auch technische Überlegenheit gewonnen. 15 zu 0, das ist mir super. Und das ist ein anderer Schlüsselkampf vorher. Was ich vorher gesagt habe. Der eine ist für 86 kg. Und der andere zu mir ist für 130 kg. Für Scherer Samuel gegen Riesenmarco. Und Scherer Samuel bis jetzt für den 1.2-Kampf gegen Guter Philipp und gegen Akos Kolica. So gut gerungen. Und ich vorher studierte. Zu mir ist Scherer Samuel topfavoritzi. Aber leider verloren für 4 zu 4. Und das habe ich vorgerechnet für Willisau. Und das glaube ich auch schon entscheidend. Es ist so relativ hoch verloren für Willisau. Aber immer noch viel verletzt. Ich weiß nicht wie schwer verletzt. Aber ich hoffe es relativ schnell schon wieder dabei. Welke ist möglich. Und wenn wir so laufen weiter. Und dann habe ich eine sehr schwere Saison für Willisau. 1.5. Und dann haben wir noch viel gewonnen. So gewinnen 25 zu 14. Wie vorletziger Kampf gegen für Schaddorf. Auch für Syrienko Sergei. Für den letzten Kampf so viel führt. Schon zu gewinnen. Aber so viel führt für Mannschaften gar kein Kampf. Das bedeutet. Die 5-Mannschaft ist ungefähr gleich stark, nur einseitig möglich nicht mitmischen für diese 5-Mannschaft. Johnny meint, das sind weitere detaillierte Analysen zu den einzelnen Kämpfen. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert. Danke.